so was geht ab euch meine lieben freunde willkommen zu einer neuen fronte fortleid heute mit dabei chan boris 638 und die tieres und dora mal schauen was ich gleich soll gibt let's go heute bei null bauen noch mal schauen ob wir kassieren oder nicht ja seid ihr gehypt kassieren schöne kronen ja genau das wäre geil kassieren zweimal hintereinander ach warte mal genau was brauche ich denn eigentlich noch habt ihr schon alle dragon balls gefahren also ich bin fertig wird ja schon fertig ja gut ich brauche einen habe ich zwei von drei und den letzten brauche ich noch nutze eine angel um heute heute ein wasserkiste zu haben oder die einfachsten davon raus du brauchst nicht alle ich habe auch noch welche übrig aber ich habe den kleider ja ich habe noch aufträge übrig aber den kleider habe ich weil ich die dragon balls alle gesammelt habe du musst nicht alle aufgaben eins zu eins machen ja ich weiß du brauchst einfach doch nur diese drei aufgaben und dann hast du ja bekommst du auch diesen dragon ball weißt du was ich mein ich weiß was du meinst gut ich versuche mal jetzt so professionell rüber zu kommen aber da ich eh ein gut bin werde ich eh passieren professional lassen wir dann von von chucky boy und kerry ne hallo du bist doch der übelste schwitzer hier ja ich sterbe heute aber den ganzen tag irgendwie keine ahnung ich glaube die ganze die waffen vor den nasen weg ja hallo jetzt jetzt bin ich ja da genau der köder ist hier ja man wollte gerade sagen der köder ist da okay es muss da irgendeine geräte verbindung starten also machen wir jetzt geräte verbindung und dann einfach überleben oder was machen wir denn genau ja wenn du deine aufgaben hinbekommst dann ich renne euch hinterher töte alles was kreuscht und fleuscht okay das klingt super backup backup so hier ist einer auf jeden fall links warte mal oh das ist ja ein surf ding hä du hast den shenlong schon hab ich doch gesagt hier ist ein spray so den habe ich ich habe munition bester anfang alter munition ich denke wo eine kiste alter ich brauche ne waffe bitte geht mir irgendwie ok ok kannst du pingen irgendwo damit ich weiß nein nein ich weiß nicht selber nicht wo ich habe gerade nur die schritte gehört vielleicht hast du auf mich gehört ich verstehe nicht warum viele sagen dass diese aufladbare maschinenpistole voll crap ist also ich finde sie doch geil die ist ganz gut kommt drauf an wenn du jetzt so cool ist hier ist einer bei mir bei mir close warte ich bin ja hängen habe ich habe ich habe ich weiß nicht wo genau oben scheiße oh mein gott ich bin so schlecht hier ist er hier ist weg erhielt sich ah der hat diese komische taschen nichts gemacht hier ist genau hier an der kante ich bin da und ich komme zu dir über tier kannst du hinter hinter uns hinter uns hinter uns hinter dir macht ihr mich aber ein bisschen nervös ok nice und einer ist glaube ich einer ist noch da ja der ist nach oben nach oben guck mal runter zieh durch, zieh durch, zieh durch, bitte da ist noch einer zieh durch hat er gesagt ja woher kam der denn hey ist er jetzt von rechts ne der ist da und der ist da und der ist von da so weggelaufen wie geht dieser wildschwein eigentlich ja dankeschön warte bitte bleibt mal stehen gleich da gibt es spray, ok super danke dir ach hast du schon so ne kanone ok step 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 alter ich mach jetzt richtig tryhard sorry ich hab aber nichts getroffen wieder nichts richtig einfach nicht hier ist noch einer wo ich muss kurz an die tür 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 machen da ist noch einer wo alter wie schlecht war gerade hier oh mein Gott ja alles ich seh halt einfach nix das mikro steht mir mitten im bild Da musst du dich dran gewöhnen. Danke sehr. Steht da einfach so mitten komplett vor der Tastatur. Ich hab gar keine Ahnung, wo es Strücke ist, egal. Egal. Irgendwas wird's schon sein. Egal, Hauptsache sympathisch. Sympathisch im Weg. So, der Anfang war ja schon mal ganz nice. Für dich, ja. Ja, wollte ich grad sagen, für dich, der war wirklich gut. Oh, das Quatsch. Wir hatten da grad nur Dings geworfen. Ich war da. Ich war's nicht. Das macht mich doch nicht schwach hier. Ich bin grad voll am Flexen. Muss ich mal aufführen. Sonst passiere ich wieder und dann bin ich wieder. Ist gleich dabei. Wer ist dabei? Sorry. Oha. Oha. Ich glaub, Jasmin kommt heute nicht mehr. Äh, keine Ahnung. Sie meinte, entweder spielen wir oder sie wollte mich nachher noch kurz anrufen. Wegen Wochenende. Wochenende? Mhm. Habt ihr etwa was geplant? Mhm. Ernst du? Was denn? Mhm. Wir müssen uns versuchen. Ich hab dir doch gesagt, komm mit. Äh, ich hab grad keine Zeit, muss ich ehrlich gesagt. Das siehst du. Ich bin irgendwo eingeladen, weiß aber gar nicht mehr wo. Ich hab den Säge. Das ist schön. Ah. Ach so, ja stimmt. Äh, 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 äh. Mutter von meiner Nachbarin hat probiert. Zeig. Hm. Stimmt, da war was. Irgendjemand? Da ist ja was. Ah ne, doch. Das ist ein bisschen sicher. Ah, eine Kiste. Cool, was ist das denn? Boah, das nehm ich mal mit. Was müsste man denn genau für diesen Auftrag... Ähm, hier ist das Splashies. Nehm ich mal mit, dankeschön. Äh, noch, hier Dingsbums, ähm. Hast du diesen komischen Auftrag gemacht, wegen Jindunjun dann Kamehameha machen? Ähm. Ja, der ist gar nicht schwer. Also Jindunjun zünden und dann Kamehameha? Ne, ne, als erst Kamehameha und dann fällst du doch so runter, oder du kleitest so runter. Ja. Aber dann startest du direkt Jindunjun. Ne, ne, du musst erst Kamehameha machen und dann Jindunjun. Ja, ab's ab. Ich hab's umgekehrt gemacht. Na gut, vielleicht hat's auch funktioniert. Also ich hab's heute Mittag so gemacht. Also klappt beides dann, ne? Ich glaub schon. Okay. Also ich hab erst Kamehameha und dann steht da, bevor du mit Jindunjun landest. Leute, ich hab Bock auf Stress. Ich geh mal kurz Stress suchen, okay? Ja, was denn? Ich wollte Dings starten, aber das ist... Hat jemand schon einen Auftrag gestartet? Ich kann das... Ich kann's gar nicht annehmen. Warte... Ich hab einen... Ich hab einen genommen, aber der wartet irgendwie die ganze Zeit auf den Gegner. Ja, ja. Ich hab nur gefragt, weil... Ich's grad annehmen wollte. Ach, ich baue die ganze Zeit Metz ab. Auf jeden Fall. Vorhin baue ich schon wieder die ganze Zeit Metz ab. Ja, ja. Dein Gegner ist hinter uns. Ist ein Biggie? Ah, ja? Ich möchte das nicht. Der kommt mal in die Zone. Lass ihn mal hier empfangen. Der kommt doch eh zu uns gleich. Der wird wahrscheinlich schon in der Zone sterben. Nee, der wird uns wahrscheinlich töten. Guck mal rüber. Ich mach ihn fertig. Ich hab den. Easy, easy. Ich wollte doch nur den Biggie haben. Er wollte doch gar nicht. Ja, hol doch den. Hat er was Schönes? Ja, hab ich ja gesagt. Da ruft sie an. Mitten in der Runde. Ja. Okay, da kommt Dragon Ball. Oh, da ist noch was, oder? Das Kettensäger. Ich hab doch hier grad geschossen. Ich war's nicht. Ich mach mal kurz muten hier. Du warst nicht. Ich ruf ihn an. Hier ist noch ein Biggie. Ah. Hier ist einer close, hier? Mhm. Ich seh ihn von hier aus nicht. Warte. Aber ich hab ihn schon gut angeschossen. Okay, hab ich, hab ich, hab ich. Nice. Da. Ruf ich gleich zurück. Ja. Während der Runde funktioniert das nicht. Damm. Ja. Puh, die Zone ist genau auf der anderen Seite. Nett. Nice. Dann lauf doch mal. Ja, ich hab ihn rift. Oha, und das sagst du erst jetzt? Wenn du noch stehen bleibst. Genau. Dann läuft sie einfach weiter. Ja. Dann hopp rifti rifti. Wo ist er denn? Ah ja. Bin schon da, alles gut. Gehen wir hin. Am besten hier so. Ich... Ich würde tatsächlich hier schon landen vorher. Okay. Da unten ist so ein... Oh, ich brauch ne Wolke. Ich hol mir den schon. Okay. Äh, hier ist einer. Warte, 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 warte. Irgendwo hier bei mir. Zwei. Hat er... Wie viel? Oh ne, komm. Hier, hier. Close, close. Zwei so... Oh nein, wieso immer hin? Ich weiß nicht. Oh nein, das ist ein Lama. Auf jeden Fall. Ich werde ich gleich tot sein. Oha. Oh mein Gott. Hä, mach doch Handschuhe zünden. Hä? Ja, close. Hier, keine Ahnung. Die Handschuhe. Oha. Ja, hinterher auch. Ja, ich hab den verkackt. Ich hab den einfach verkackten Handschuhe. Oh man. Ah. Sag da close und der andere kommt hinter mich. Das ist so schlecht. Wie viel sind das? Ein ganzes Team, ne? Eins. Zwei. Ein ganzes Team. Drei. Ja. Dann musst du kurz ziehen lassen. Wie die einfach stehen und einfach so am Geiern sind, ey. Geier. 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 Geier und die Meier, ey. Mach doch die Zuschauer wieder nicht müde, Mann. Ich bin halt selbst müde. Nein, 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 nein. Er hat mich gesehen, oder? Hm, weiß ich nicht. Die Geiern einfach rum. Sie warten. Warum machen die das eigentlich? Weil Sackgesichter sind. Einfach gar keine Hobbys schon wieder. Ich hab keinen Bock, dass die Runde schon wieder vorbei ist. Da sind wir gut drin, ne? Zu verlieren. Vor allem von Rumblebears. Oh, hör mir auf, ey. Mach mal die Firmenfahrer auf. Oh mein Gott. Nein. Es ist nicht schlimm, wenn du verlierst. Alles gut. Es ist total schlimm, wenn ich verliere. Ich will nicht verlieren. Da ist einer. Close. Bei dir. Schade. Schade. Oh. Schade. Es ist nicht einfach nur eine Klärm, habe ich doch eben schon gesagt. Es ist schlimm, wenn ich kurz aussitze. Er könnte doch trotzdem spielen. Es hat doch ganz einen Daktzeit gehabt jetzt so auf einmal. Nein, nein, sie war arbeiten. Bis gleich. 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 Und weiter geht's. Okay, let's go. Uuuh. Ey, das war echt übel. Die sind einfach nicht mal abgezogen, unfassbar. Ja, das sind solche Gammel und Gammel. Die haben richtig rumgegeiert auf kills. Die dachten mir echt, ich komme. Oh mein Gott. Jetzt aber, jetzt wird's. Jetzt machen wir die alle platzieren. Irgendjemand war gerade in der Lobby drin. Ist aber noch nicht ganz kalt. So, Monwald jetzt ein Sieg. Habt ihr eigentlich diesen Event mit dem Teddybär gemacht? Kennt ihr noch diesen komischen Teddybären? Mit dem Teddybären? Diesen eisernen Teddybären und so? Malst du den ringen? Der davor war? Boah, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mal daran erinnern. Kennst du nicht? Weißt du das wirklich nicht? Da bist du so eingestiegen und da hast du solche Dinge abgeschossen. Meteoriten und so weiter. Boah, was war das für eine Season? Boah, das war erst vor kurzem. Die Season vor dieser war das glaube ich. Und dann wurde gespoilert, dass Darth Raider kommt. Ja, die Season hier vor habe ich glaube ich ausgesetzt. Nein. Ah ok, na gut. Dann hast du es nicht mitgekommen. Und dann die Schwester ist ein Einfachschrank nicht? Nein. Bzw. ich weiß gar nicht. Die Season davor hab ich nicht gespielt, Sarah, oder? Welche? Hier vor? Ja. Du hast mal kurz reingespielt, aber wirklich nur kurz. Sarah, kennst du was ich meine? Teddybären und so? Abschießen, Meteoriten. Boah. Habt ihr alle die Season davor nicht gespielt oder was, alter? Okay? Na gut. Boah, ich habe einige Seasons ausgesetzt. Ja, da bist du so reingegangen in diesen Teddybären, hast dich reingesetzt und dann hast du gegen den ganzen Schmutz da gekämpft. Ne, das sagt mir gar nichts. Oha, okay. Na gut. Einigsten wo man sich reinsetzen konnte war dieser Roboter, der war krass. Ja, das war doch dieser Teddybär. Da hast du dich in diesen komischen Teddybären. Ne, das waren die Pister. Hä? Okay, dann hab ich wahrscheinlich was vertauscht. Oh mein Gott, ich hab mal gewollt. Ich hab ihn schon wieder echt beschissen an. Oh, ich hab ihn fast aktiviert. Game Eduardo. Game Eduardo. Einer von uns? Hier so? Ne, ne, der ist random. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, einen hab ich. Ich bin beschossen. Schieß zurück. Treff einfach nichts, aber egal. Oh, ich treff sogar was. Boah, geh bitte down. Bitte, 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 bitte. Ne. Hab noch einen? Einer down. Ach, hier was hilft noch einer irgendwo. Oh, ich weiß nicht, ich pushe den jetzt einfach nur. Oh, ich weiß nicht, ich pushe den jetzt einfach nur. Soll er auch sein. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Was musst du machen? Ist jemand bei euch? Oder ist Clea? Da oben ist einer. Also hier sind überall irgendwelche. Ich geh einfach rüberfahren. Ist mir egal, so. Let's go. Ist mir egal. Kommt ihr mit? Oh, tschöne mal. Ja, Moment. Haben wir schon Blühle von? Ah, ich komm da eh nicht auch. Egal. Ich glaub, der ist noch schon tot. Der teammate hat ihn gekillt. Okay. Okay, hinten ist quasi. Oh, ja geil. Ich hab was Schönes gefunden. Ja. Ich hör es. Pams? Da raus ist sie. Ja. Da fehlt einer. Wenn ihr Reifen seht, schmeißt ihn dann drauf bitte. Mhm. Darf ich den Biggie haben? Dankeschön. Aufpassen, da fehlt irgendwie einer. Was meinst du jetzt? Da fehlt noch ein Gegner, ey. Oder zwei Gegner. Ey, das war mein Ding. Und? Erster. Sowieso. Immer erst. Mein Auto wurde geklaut. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was eigentlich besser ist. Ranger oder das andere Gedöns. Döns. Da ist nur die Ranger. Hier ist noch ein Diggie. Sag mal. Kannst du mitbringen? Jemand wird wieder beliebt. Hier. Hier. Hä? Ich bin hier. Hä? Warte mal. Hä? Dann wo mein Marker ist. Ich hab... Ach, dahin. Alles gut, dann hab ich gewonnen. So. Wie. Oh, da ist noch ein Biggie. Geil. Hm. Warte mal an der Gettensäge. Bist du dir sicher? Ja. Wo sind denn die Reifen, wenn man die braucht? Ich hab welche gesehen. Echt? Ich auch. Aber ich hab keine Ahnung wo. Oh ja, geil. Dankeschön. Ach. Gerne. Na, na, na. Na. Ist noch ein Biggie? Ich will schon voll, danke. Schnell den. Es ist mir schwundert, dass die Gegner nicht kommen. Ja, ich wundere mich auch. Das ist ja voll langweilig gerade schon. Ich hab hier gerade alles runtergerollt gleich. ich brauche den iphone doch nicht mehr ich habe keinen platz mehr ich bin spiderman richtig nein man kann nur vier schrottkissen ich bin gleich da und hilfe ich muss mich gut sagen sorry ich muss mich zurückziehen ich glaube ich in der tanke drei stück einer fehlt schrottkissen 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 achten gegner wo ist er denn ich komme ich helfe dir ich habe sogar spiderman handschuhe der hat nicht mehr viel ok ok wo ist er ist das down yeah meinst du das ist schwarz mhm wer piept denn hier so ich bin das nicht ja das hast du da eben gerade hingestellt also wenn jemand piept also wenn jemand jemand piepen hört dann ist man es nicht selbst glaube ich ne ist da was überhaupt da was da kommt einfach ein auto runter oder ist es immer zufällig ist zufällig geil einfach oh geil einfach so eine glocke ok 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 ja ich bin voll da raufbeut gerade mit den dingern lol ein dinosaur habt ihr das gesehen was soll ein dinosaur ein dinosaurier das ist ein dinosaurier alter ich treue nur rum ich darf das nicht warte mal ich muss hier weiter wieso seid ihr weg gegangen wieso sagt ihr nichts das springt doch dort ich komme nach welcher Oh, ich nehm die Kapsel mit, ich brauche Nimm mir mit Oh, dankeschön Wenn du möchtest, kannst du sogar meine Spiderman-Anschuhe haben Nein, nein, ich brauchte nicht Ehrlich, die kannst du haben, alles gut Ich bin auch nicht beleidigt Wo komm ich denn da hoch eigentlich Oh, wie ungünstig kann so ein Ding fallen eigentlich Weil du weh, du runtergekullerst, Alter Ich schlage dich Runtergekullert Ähm, hier sind noch Slashes Da sind Slashes Und ein Label Ah, ich bin eigentlich voll Hier ist noch Dings Biggie Ich kann den nicht pingen Egal Wie war das mit der Aufgabe Einfach nur treffen, ne, mit dem Kamehameha Also Jindujun zünden Und danach Kamehameha Und dann Kamehameha Und dann Kamehameha Ja, Anu Der Chiltenkutter ganz hinten Ach, da hinten Möchte mal Wolf mit Ja Ja Mal hier auf dem Weg Ey, aber so ein Wolf ist eigentlich schon ok, ne Wenn du down gehst Ja, die sind übelst nice Wenn du down gehst Könnt ihr noch weiter so knabbern, weißt du Dann machten die anderen auch noch down Aber der möchte jetzt nicht Das geht jetzt aber Das ist mal ein Schwein Komm her Oh, sorry Alles gut Was denn Was denn Ey, Alter, wie langweilig ist es denn jetzt hier Ja, wirst du krass, keine Ahnung Entweder kassierst du sofort und gehst down Oder du langweilst dich bis zum Schluss und dann kassierst du und bist down Da ist Loot Drop, ne Achso, das ist der Random, der so piept Ja Hey, Quatsch Ne Hey, das ist nicht der Wer piept denn dann? Ich bin das nicht Nee, irgendjemand ist noch bei uns in der Gruppe drin Söte das eine, wenn man drunter steht? Ich glaub der kommt von hier Ah, ja, da Ich dachte, das wär ein Random Es ist an sie Ich hab nicht geguckt, wer hier in der Gruppe drin ist Achso, wir haben Asis in der Gruppe Ich dachte mir, hä? Ey, voll der Stalker Asis Ei, ei, ei Ich dachte, wer sich hier noch da ist Ich hör schon KMHs Ich hab den, Alter, ich hab den kaputt gemacht mit KMH Nice KMH KMH LOL Oh, sorry, ich bin jetzt, ich darf jetzt nicht Jetzt hat man dich wahrscheinlich doppelt gehört Ja, jetzt hat man mich doppelt gehört Dort, dort liegen zwei Kronen, let's go Let's go, let's go Wer hat eine andere Stimme? Du Ich? Ja Das ist das neue Mikro Achso Mhm Dort vorne sind Kein GBA oder so Einer noch? Ich komm nochmal hoch Krass Was es ausmacht, ne? Ich mach ne fertig, ich mach ne fertig Yeah Sehr geil, sehr geil Ich brauch ne Krone, Alter, ich möchte so richtig Bitte, 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 bitte Aber Asis, wir sind schon vier Jaaaa Lass mir die Ranger mit, let's go Jemand ne Ranger mit Und wir spielen kein Kreativ Okay Also, wolltest du jetzt einfach mal halt so stalken? Achso, okay Wow Bis später Bis später Bis später Ciao Bis später Bis später Bis später Hä? Hä? Ich bin grad mal im Papier Ich versteh grad gar nix, Mann Ich, ich hab telefoniert Ich hab kurz telefoniert Haha Okay So, einmal kurz den Berg zerstört hier Ich hab ne goldene DMR ohne Scheiß Aber wenn wir mal nicht schon vier Leute sind Asis Kannst du nochmal gern mitspielen Okay Haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht Okay, zwei safte geht's Ah, down, 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 down Ich glaube, das machen wir gar nicht, oder? Oh, hier links, hier links ist sowas kaputt Ich lebe ja immer noch Okay, okay, ich komm, ich komm, ich komm Und ich steh hier einsam und allein Und wenn du siehst, dann ping mal bitte Hä? Ne, weiß er nicht Sind sie nicht? Dann guck ich ihn jetzt zu Da ist er noch Zwei Stück Ja, ich bin da Ich bin da Genau, ich seh den Alles daneben Am Stein genau Ich komm rüber zu dir Ich komm rüber, ich komm rüber Hab ich Hast du? Okay Ähm Ich glaube da unten noch einer, vorsichtig Ja, es sind zwei Stück Zwei Stück Vorsichtig, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm Er will mich finishen, er finishen Er hat dich gefinished Ich hab dir zugeschaut Ich bin grad reingegangen Ich dachte mir so Hm, okay Wer hat die meisten Chancen zu überleben? Ich versuch mal Zara oder Tori Ja, okay, aber nicht, wenn ich einfach mal wieder loslaufe Ja gut, ich versuch dich mal irgendwie zu holen Wenn du halt wieder pusht Äh, theoretisch könnte ich auf den Berg irgendwo Oh, ne Doch Der wäre noch nicht Theoretisch hat er sich jetzt grad mit vier Leuten angelegt Ach, ich bin easy weg Alles gut Ob sie dich nicht holen kommen, man weiß es nicht Ach, Alter, ich hab ne DMR, let's go, ey Wo waren die nochmal? Der ist richtig weiß Bring mal bitte nochmal Äh, der Bus Wo waren die da hinten, ne? Oh, oh, oh Oh, der ist richtig weiß, ja Hit, minus 55 Ah, das schafft ihr Nice Was seid ihr für Spastis? Ja, natürlich Einmal ein bisschen dabei Mach dir hier ein Epischen Ja, sag's halt Ich weiß, ich bin schlecht Die Runde war schön Ich seh's Epischer Sieg und so Und dabei hab ich gar nicht so lang telefoniert Nee Acht Minuten Siehst du Ich hab so viel freigeschaltet Seht ihr, Aziz ist freiwillig gegangen Ich hab meine Krone nicht verdient Ich schwärfe die gleich direkt weg Die kannst du mir geben Die hab ich bestimmt ganz viel verdient Mhm Oh je, ich hab das Oh, entfessel deine Kraft Super Saiyajin 2 Aber was muss ich denn da machen? Vergib dich zum mächtigen Monument und melde dich bei Oh, das muss ich auch noch machen Fundament, okay Mach's dich auch? Das ist hier Leute, lass mal ein bisschen genießen, dass wir die Krone haben, okay? Wenigstens so für drei Sekunden Okay, weil die nächste Runde sind die weg, hundertprozentig, Mann Ah, Quatsch Let's go Jetzt sagt Quatsch, ey Das gibt jetzt eine legendäre epische Sieg Boah, das wird geil Königlich Königlich, okay Einen majestätischen epischen königlichen Sieg Wie sehr hört man uns eigentlich stoppelt? Geht du doch nicht so viel? Euch hört man nicht stoppelt, uns hört man doppelt, weil wir gegenüber sitzen Ne, also wir hören euch nicht stoppelt Na dann Euch hört man wirklich nicht stoppelt Wird man nicht clown deutlich? Ja Ich hab auch hier zu träumen Als wenn du mir direkt ins Ohr reinflüsterst Was wollte er das ja? Sowas nennt man auch ASMR Schöpsel Aber, Papa, seht ihr mal Als sie ist, ist es direkt aufgefallen, dass meine Stimme anders klingt Er denkt sich so, hä? Wer ist das? Das ist nicht die Mama Was siehst du? Nicht die Mama Du hörst dich anders an Ist das jetzt oder ist das nicht? Nee Danke Oh, ich hab aus Versehen Sarah abgeschossen die ganze Zeit Oh Lalalalalalalalala Angriff Boah, das war nur Hades Wird sowas von daumen gewesen Ey, hör auf mich weg zu fegen hier Verdient Verdient Pass auf, ich zeig dir was cool ist Guck mal Ach, schade Okay Das ist weit genug weg So, wo landen wir? Also ich muss da hinten und Sarah glaube ich auch Ja Ich glaube ich auch Ich bring mal einfach nach da hin Und du musst erstmal die guten Vibes Aufträge machen Ich? Ja Ja Ja, ich hab keine Ahnung, ich mach dann, okay Ja, nee Hä? Ich bin glaub schon zwei Aufträge weiter Aber ich mach einfach bis zu so weit seit Bei gute Vibes? Seit wann machst du Aufträge außer Dragon Ball? Erzähl dir mal mal ein Level rein Ja, ich hab's gesehen Hast du dir einen Pass jetzt überhaupt geholt? Nö Nicht? Nope Der Pass ist scheiße Ja, egal Was man hat, hat man Hauptsache ein Pass und Geld ausgegeben, hallo? Ja, ja Kannst du ja mal gerne mal einen Account angucken Du stellst es sich nicht so an Das bisschen da Das bisschen Geld, diese 10 Euro Ist doch alles gut Ja, ja Kannst du ja entscheiden Entweder Battle Pass kaufen oder Stromrechnung bezahlen Äh Schwere Entscheidungen Ne, wenn noch Ich geh einfach unter die Brücke Ja Ja, trotzdem musst du dann Essen kaufen irgendwie Ja gut Nö, Rass essen und so Oder Angeln Musst du halt irgendwie, keine Ahnung Angeln kaufen Muss man immer irgendwo Geld investieren Ich wollte eigentlich auf die Statue landen Aber ihr habt mich grad abgelenkt Und dort hinten ist er Und wo ist dieser Sack? Oha, hier sind voll viele Sarah, hast du mit dem schon geredet? Ja, ja Das ist genau bei meiner Markierung Ist doch gar niemand Das ist nur so ein Ding Das ist nur so ein Ding Achso, das reicht Achso, okay Was denn? Also ich bin gleich, glaub ich Tod Also sauer Ich bräuchte auf jeden Fall eine Waffe Das wär so richtig schön Schock Man hat einen Hitz So Aha Oh, ich hab einen Verbandskasten Super Ja, den hab ich auch gesehen Da dachte ich mir Ach, scheiß auf ihn Ich lass einfach liegen Doch wunderbar Ich hab ne gute Idee Also Wenn ich Mich heilen kann Ist doch auch schön Na gut Alter Wie viele Reifen Hallo, können ich hier liegen? Was ist das? Eins Zwei Drei Vier Fünf Ist angeschossen? Ja, ich hab aber keine Waffen Ich hab leider keine Waffen Ich hab gar nichts Schick mir doch mal ne Waffe Alter, hier liegen einfach nur 5 Reifen Wie dumm ist das? Nee Okay, dann hol ich den Revolver Dann hol ich den Revolver Das heißt nichts Dann würd ich auch nehmen Ich verstehe das mit diesen komischen Tafeln nicht Wieso kann man die nicht annehmen? Haben die das irgendwie gefixt, dass man jetzt nur einmal annehmen kann? Oder was ist denn da los? Ja Ah, okay Nee, du kannst nur von der einen Tafel einmal annehmen Ach schon wieder ein Reifen, Alter Stress mich doch nicht Alter, überall nur Reifen Kann man nicht noch reingehen oder so? Dahinten ist doch Darth Vader Ich brauch ne Waffe, Alter Was ist denn das jetzt? Ach, ich bringe euch einfach Reifen mit Ich hab hier keine Roses Ich komm sofort Okay, von uns Reifen mit Ich kann dir einen Revolver geben Das ist gut, aber ich nehm trotzdem Reifen Das ist gut, aber ich nehm trotzdem Reifen Aber wer hier jetzt ist der Asa? Das hab ich noch nie gesehen, also 5 Reifen Das ist doch traurig gerade Ich fühl mich grad voll vereinsam Was soll man hier eigentlich machen? Ich bin hier gelandet, ich hab keine Ahnung warum Was macht ihr denn hier? Achso, wir haben ja auch keine Ahnung So Alter Ich fühl mich wie so ein Aal Zum Glück hast du das niemand gesehen Was macht ihr dafür Käse? Ey, hier ist ein Lamme, ne? Ich kann den nicht boxen, weil ich hab nichts Ich geh jetzt einfach angeln, Mann Ey, ich finde einfach keinen Blue Life Hm Wieso? Wow Du Scheisschwein Okay, hier braucht schon jemand Hast du dich hier geangelt? Musstest du dich angeln? Also, ich hab da ein Mini Ich hab nur Reifen Weil frisst viel zu weit weg Wenn ich reifen möchte Wo ist er überhaupt? Ganz dahinten wieder Wie immer Was ist das traurig? Was hab ich gefangen? Wow Aber ein kleiner Fisch, alter Diesen kleinen Fisch kannst du so saftig Hier sonst wo hinschieben, ja Richtig Ist auch ein bisschen Kinder-Kontent Also ein bisschen Ne Ja, natürlich Kinder-Kontent Ja Nein, alles gut Also ich hab hier Jetzt mal ohne Scheiß, ne Ich finde erst ein 6 Reifen Jetzt finde ich 2 Bigis Und ein Bus Das gibt's doch nicht, alter Also ich hab jetzt so weit gefunden Was ich gebraucht hab Entschuldigen Sie Was tun Sie hier? Der ist irgendwo hier drin Ah Na guck mal, hier Mini Jetzt läuft er dran vorbei Ich komm einfach rein Oh, da ist schon Was? Ich komm, ich komm Ja Komm, komm zu dir Wie bist du denn? Ja Okay Ich bin fast tot Weil hier irgendwo einer rumrennt, ey Ja, ich hab den eben noch gesehen Jetzt ist er weg Habt ihr vielleicht ne Kuhfe oder so? Oder was? Eine Kuhfe Oder wie sagt man das? Kuhfänger Kuhfänger Glaub ich Ich werd angeschossen Aber ich hab den Bus egal Soll er machen Huch Warte mal, ich bin mal trotzdem Von dieser Richtung Äh, woher? Ich glaube Warte mal, ich mach jetzt richtig Stress damit Ich hab ihnen die ganze Munition leer gekauft Wo ist der Sack hin, ey? Keine Ahnung Hier sind Kuhfänger Oh geil, dankeschön Ich komm rüber jetzt Brauchst du Muni? Ich hab sie dir gekauft Wie brauchst du denn? 341 Oha Danke Wo ist die Kuhfe? Ah, da ist sie doch Es ist ein Kuhfänger Das ist eine Kuhfe für mich Ich wollte doch fahren, man Jetzt hab ich mein Mikro weggeboxt Mann Ich wollte gar nicht fahren Ich wollte gar nicht fahren Ja Da steig ein Das allergeilste ist Ich hab gar nichts Ich hab nichts Ich hab nur meine komischen Diese Hacken hier Da, da, guck mal Guck mal, guck mal Da, hier Ja, hä? Was? Bei mir Bist du denn ein Ach, hier, okay Ah, dankeschön Vorlieb von dir Ich hab dir noch was gefunden Was gibt's denn da zu kaufen? Ich dachte, du wolltest fahren Ja, natürlich Ja, natürlich Ja, hä? Okay Da konnte einer einritten Ja Schieß, 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 schieß Schieß auf ihn Irgendwie Warte mal, ich komm mal nach Ich fahr nach da Oh mein Gott, der hat fast nichts mehr Warte, warte, warte Ah, das ist oben Das ist oben, da oben Nein, der fährt weg Warte, ich komm mit Ich komm mit Ja, der ist, also Wolf down Ja, der ist, also Wolf down Ich bin auch so leichtes Ziel Oh, oh, oh Wuiiii Bist du down? Ja, natürlich Hap ihn Oh nee, oder? Oh, der Strom Wuiiii Wieso läufst du denn zu ihm? Komm, komm zu mir, komm zu mir Ich dachte, er ist tot Der ist nicht tot Ja, lass mich doch sterben Und hol meine Karte mit Nein, was für sterben? Das sind Einandticks Warte mal, warte mal Ja, der möchte kommen Einer ist hier hinterm Stand Ich sag da, nein, ist ein Einandticks und lässt mich liegen Ja, ist doch so Ähm, du weißt schon, dass ich gar nichts habe Wirst du down? Ja, dann, ja Hol dir meine Waffen und so Hab ich überhaupt deine Karte jetzt geholt? Hab ich geholt? Nee, hab ich nicht geholt Boah, jetzt haben die gleich meinen Bus, Alter Das war sowas von Der Stau von mir Nein Nein Ich komme, alles gut Alles gut Das sind zwei Stück Sachen versorgt Ey, und bei mir ist auch einer Wo kommt der denn her? Das war die Sau Oh Ja, der kam doch von hinten Also Links Rechts Links Links Rechts Uppercut Doppelkart Ich treffe von nichts Tschüss Fahr einfach weg Ich steck fest Wo liegt denn deine Karte? Warte mal, die hole ich aber auf jeden Fall Genau da Ja Boost Sarahs Karte Oh, der Bus brennt gleich, gell? Oh ja Nein, nein Nein Was mach ich statt? Ich weiß es nicht Ich stecke fest Ich fahr jetzt wieder weg Boost, geboost Dadadadadada Ich bin jetzt Nein Boost Er hat nen Boost gekriegt Das war alles geplant Glaub mir, glaub mir Das ist alles geplant Jaja, alles geplant Hihi So Erstens brauche ich diese Angelchen nicht Keine Ahnung warum ich die habe Ist weh Das ist auch Dass du nur einer tickst Und dann lässt er mich sterben Lass mich mal kurz chillen Warte mal, lass mich kurz überlegen Ich brauche Taktik jetzt hier Warte mal So Was haben wir da? Das ist die Sarah Okay Wem hab ich denn noch nicht? Ja, genau Okay Du hast zwei Karten Warte, ich muss doch jeden holen Nur Sarahs Karte nicht Ja, warte mal Ja? Ich muss kurz überlegen Wir hätten aber wahrscheinlich Geiern Ich schaff das niemals Aber egal, ey Ja, ja Hol uns wieder Für Ehre Für Fortnite Wahrscheinlich wirst du jetzt sterben Was mach ich? Beim Zurückholen Äh, Quatsch Einfach durchziehen Easy Ach Fliegt einfach in die Zone, Schuze Mhm Und dann hole ich dich, oder was? Oder holt ihr mich hin? Nein, nein Fliegt einfach Schafft ihr das überhaupt? Naja Weil ich bin da und ich hab nichts in dir Mann Ich war mit Auto, ohne Scheiße Ich muss mich beeilen Muss ich meinen Arsch hinktier retten Mhm Auch sag ich in der Zone hinktier Nicht ins Wasser Nein, bitte nicht Schwimm, fahren Nein Hier ist ein Dings Komm, 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 komm Geheilt Boah, natürlich Bei der Tanke ist so ein schnelles Auto Ich bin glaube ich schon weg da Ja, ja Alles gut Ah ne Ah ne Ich bin hier gleich staunt Hm Yep Was ist das? Was ist das? Ich sehe was geiles Bitte sei was anständiges Ich kann leider niemand mitnehmen Alles gut Lauf Für Fortnite Egal Dankeschön Dankeschön Oh oh Das schaff ich nicht Doch, schaffst du Lauf um dein Leben Aber schöner Ausblick Wunderbar 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 Ja, so stirbt sich gut Aber einfach hingeschmissen Oh, die Sturmkrankheit hat mich gefetzt Warte, warte Und jetzt Die Knick gebrochen Eigentlich wäre das gar nicht mal so eine dumme Idee gerade, was du gemacht hast Ich hab seine Karte Und seine Krone Ach stimmt, das war meine Krone, alter du Gauner Ich bin doch hier tot Nein, lass die Krone liegen, die dürfen die nicht bekommen Okay Nicht in die Zone, bleib so liegen, ja Genau, so lass sie da liegen Keiner darf sie mehr bekommen Nein Nein Das ist aber jetzt fürchterlich, fürchterlich traurig Hallo, du hast zwei von diesen komischen Sprays Egal, die Zone ist ja auch noch, keine Ahnung, die nächste kommt ja schon Guck mal, jetzt hat er seine Krone weggeschmissen und jetzt hat er von uns die ergaunert Deine Meine Ich hab doch gesagt, verabschiede dich schonmal Ich hab mich schon eigentlich verabschiedet von der Krone Aber auch einfach kein Schwein, gar nichts Also letzte Runde Was ist denn mit deinem Auto? Leer Funktioniert das auch nicht, ah, schade Du hast ne Pistel Du solltest ein bisschen, weil die Zone geht gleich in sieben Sekunden weiter Ich würde an deiner Stelle die Pistole wegschmeißen, denn sie bricht dir dein Genick, glaub mir Einfach wegschmeißen Einfach wegschmeißen So, das ist ganz gut Die schmeiß ich immer weg Lauf ich lieber mit nackten Händen rum Jetzt, wie gesagt, ist das Das brust ich dich durch seiner Eins gegen 26, das wird spannend Das schaffst du Ah, easy Nur kein Druck Alles gut Alles gut Alle Augen sind Sind auf dir Geh weg Obwohl, der ist alleine Okay, ein Einziger Weg Jeder Jeder Schuss ein Treffer Ne, hat er jetzt die Pistel rausgepackt Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Legt das nicht mit ihm an Oh mein Gott, oh mein Gott Ja, ich kann mich nicht beeindrucken, das ist halt das Problem Ja Ist das jetzt schon die dritte Welle? Ja, ne? Jeder macht richtig aber Da ist einer, da ist einer Vor dir Das ist nicht nur eine Da sind zwei Ignoriert, du streichst auch hier Ich kann mich nicht mit denen anlegen Ne, alles gut, das machst du genau so So richtig Ich hab dem dich aber gehört Wenn ich Glück hab Das schaffst du nicht, du kommst in die Sturmkrankheit rein Komm schon, komm schon, bitte Doch, das schafft er easy Ah, nein, nein Ich hab diese Sturmkrankheit noch nie gesehen, wenn ich ehrlich sein soll Noch nie Doch? Nein Also ich schon Weißt du? Hm Bist du lange in der vorletzten Wenn du deinen letzten schon bist Ich check einfach nicht Und wenn du deinen letzten schon bist Kriegst du Urplatz 8er Ticks Achso, aber ja gut Das kommt dann aber voll spät, ne? Schade Schade Ich bin lange schon in dieser Zone rumgerampen Ja, generell hättest du Heal aufmachen können, wenn du schon hast Was macht ihr bereit? Oder gehen wir zu Loabi 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 Wir machen zu bereit oder zu Lego Vermaha Le wool Ich bin gleich starten Ok OK Hier ist ein Zimmer Insebett in das Bett wahrscheinlich werden wir drei Stunden warten bis da mal was kommt Chuck Boris ok ja gut ich sag mal ich mach mal hier erstmal Cut dann sehen wir uns zum nächsten keine Ahnung Gameplay